Christian drückt auf Mute und sagt, ey, ich glaub Oliver Pocher will mich verarschen. Und dann bin ich rüber, ey, war David Kappafield. Also es war unglaublich. Wenn man dieses Rock'n'Roll-Leben lebt, hat es auch Nachteile. Weil alle, die kein Rock'n'Roll leben, würden gerne Rock'n'Roll leben und die, die Rock'n'Roll leben, würden es gerne ein bisschen weniger tun.